There's Sue and Sonny! You can't bypass love! Vielleicht klappt's morgen. Jetzt hören wir und sehen wir eine Gruppe, die bereits den ersten großen Schritt hinter sich hat. Und zwar mit sehr viel Erfolg. Wir hören zuerst zwei Nummern von denen. Und zwar Loving You, Übersetzung überflüssig würde ich sagen. Und Silence is Golden, Ruhe ist Gold wert. Darf ich vorstellen aus Dagenham, England, The Tremolos!